Vor einem Jahr ist es still geworden. Ein Kunde nach dem anderen stampfte alle geplanten Projekte ein. Kunst und Kultur sind auf Stand-by gesetzt. Nicht systemrelevant. Mir fehlt die tägliche Arbeit mit Kunden. Das Umsetzen von Ideen und Projekten. Dinge erschaffen fällt schwer. Viele Kontakte sind weg. Kreative wechseln die Branche. Mails bleiben unbeantwortet. Es ist still geworden. Doch die Welt dreht sich weiter. Wir passen uns an. Wir finden uns neu. Zoom-Meetings, Homeoffice, Hygienekonzepte. Es ist immer noch möglich Produktion umzusetzen. Wann habt ihr das letzte Mal mit eurem Fotograf oder eurem Kunden gesprochen? Wir müssen zusammenhalten und unsere Partnerschaften pflegen. Lasst uns gemeinsam Wege finden, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Egal ob ihr Prints kauft oder Vorschüsse gebt, eine Ratenzahlung vereinbart oder euch etwas Neues überlegt. Denn sonst bleibt es still.